Amen, dann herzlich willkommen und hallo zu einem weiteren paar Danganronpanare-Episode. Ich bin es heute im Zimmerfix. Wir sind hier gerade in eine Falle gelaufen von den Worlds of Warp hier und hier hält der Anführer Marudu Damasu, irgendwie so in der Art, hat uns hier gefangen genommen. Er will hier uns, Dämonen, hier zur Strecke bringen, aber wir werden ihm das nicht allzu leicht machen. Schauen wir mal, was er für uns bereithält, aber Jensai Jack und die liebe Nette Komaru werden das schon irgendwie überleben. Hoffe ich mal. Schau mal, hör mal. Stopp es schon, bitte, bitte stopp. Wir sind nicht Dämonen. Wir werden nicht alles tun, Dämonen. Bitte. Diese Kinder sind völlig verrückt. Das ist wirklich verrückt! Talking mit ihnen wird nichts erreichen! Sie noch nicht mehr Respektieren die Leben und die Todes. Sie sind völlig außergewöhnliche Sanität. Ihr Leute, ihr... Sie sehen, wie Sie haben lanky Körper. Vielleicht sind Sie noch... ...die realen Dämonen. Aber Sie sind ALMOST Dämonen. Sie werden gleich wie die Dämonen, ich kann sagen. Und das ist das, ich muss Sie jetzt verletzen, bevor Sie sich in eine. Die Dämonen. Was ist das? Ich wusste nicht, dass es die Roboter sind. Hey! Watch me, alle! Die Leader der Warriors of Hope! Die Hero! Ich werde diese Leader-Less-Dämonen in kein Zeitpunkt! Die Dämonen! Was müssen wir machen? Wir... Wir gehen gegen die Maschinen, so... ...as long als Sie haben das gun die Master gegeben hat. Mit diesem? Wir haben eine Chance? Wir werden gut. Probierlich. Warum nicht Sie sicher sind? Go! Hero! Robot! Mark! Giver! Stuck all over these filthy demons! Ich wusste ja, dass sowas kommt. Ich dachte, uns greift einfach ein riesiger Monokumo oder sowas an, aber das ist natürlich auch schön. So. Können wir irgendwas auf ihn schießen? Also Leute, wir... Wenn... Wenn es uns einfach hier zu viel wird, dann werden wir einfach... Hahahaha! So macht man das mit Stil, man! So macht man das richtig gut! Aua! Er hat uns getroffen, ne? Also wir müssen den Bären hier in der Mitte angreifen und dann einfach mit allem, was wir haben, draufholzen. So. Wenn uns das zu schwer wird, werden wir natürlich einfach hier Genocide Jack holen. Und die wird dann hier hoffentlich fertig, man. Der Dance, man! Dance, den Hero, King, König, Tanz! Ich weiß gar nicht, sollen wir eigentlich auf ihn schießen oder... Sollen wir... Wärst du nicht schlau, auf die Steuerung hier zu schießen? Ah! Null Chance, man! Wieso man bitte so einen Attacken ausweichen? Ganz ehrlich? Also hier dieser... Das ist schon mal offen hier, diese Abdeckung. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, Leute. Man, ne, ist ja fertig. Ja, klar! Und da soll ich jetzt auch noch ausweichen, oder was? So, warte, wir schauen. So. Soweit es, solange es geht, nehmen wir natürlich sie. Aber wenn es nochmal geht, dann nehmen wir halt hier einfach die Liebe nette. Aber so wie es aussieht, hier ist es für den Hero... Ah, jetzt schießen meine ganzen Dinger drauf. Will ich ja gar nicht. So. Das Herz gold. Das ist das wichtigste. Verdammt, nein! Verdammt, nein! Verdammt, ach komm! Nein! Sorry for trouble during such a period this time, but it's time for a brief tutorial. When your health is about to turn out, the enemy might come at you with a final attack. When this is happening, the spare time begins, just like what you see here. If you can stop the shrinking... Äh, with white circles and yellow... Toco will save you, I'm taking the enemy with a stun gun. Na, ich würde am liebsten einfach ganz Toco beschwören. So, so eher nicht, oder? We try. Ja, Leute! Es ist voll doof, Mann! Ich wollte grad... Ich wollte mir noch diese Herzen holen. Äh... Damit wir hier halt... Ah, jetzt können wir es nochmal von neu machen. Damit wir halt den nochmal hier fertig machen können... Also... Komm mal, beweg dich. Schau uns nicht einfach nur an. Ähm... Damit wir dann noch ein bisschen hier Schaden machen können. Bevor wir Herr Genesis einen Check holen. Aber... Wurde mir nicht erlaubt. Äh... Warum kann ich eigentlich jetzt nur noch einen Schuss, Mann? Fall konnte ich mir... Ja, klar! Ah, Leute, Mann! Richtig unfair! Komm, triff doch mal! Äh... Also, gerade haben wir uns viel besser geschlagen. Ich weiß auch nicht, ob was das liegt, aber gerade lief das viel besser. Ja, aber jetzt tanzt er auch länger, wenn wir ihn auf ihn drauf halten. Das ist auch schon mal wichtig. So. Zack! Zack! Irgendwie treffe ich ihn nicht. Ich weiß auch nicht, was das ist nicht. Zu spät. Down. So, kein Bock mehr. So! Wisst ihr, was ist mir doch wurscht, Mann? Ich nehme hier... Janine, sei chill! Jack, wie ihr es auch immer haben wollt. Machen wir alle platt hier! So! Komm, kipp mal hier um! Das kann ja gar nicht sein! So, komm! Komm, das kann ja gar nicht sein! Nein! Ich bin... Ich bin zurückgewechselt. Verdammt! So! Oh, mein Gott! Vorwahl ist so viel besser! Es trifft nicht! So! Jetzt hat's mal getroffen! Komm schon! Ah! Wenn dieser Tag auch so verdammt wenig Schaden macht! Du dummass! So! Jetzt gehen hier eh gleich wieder die Schüsse aus! Das ist natürlich sehr gut! So! Zack! Ha! Und schon ist er! Down der kleine Mistroboter! Ha! Da! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Wenn du mir immer so oft benutzt, dann benutzt du dein eigenes Gehirn für einmal. Aber... Aber... Ich glaube, du bist besser als du vorher warst. Zumindest jetzt, du willst du überleben. Juste fokussiert, und beteiligst dich an deine Umgebung. Huh? Ist das nicht... Wenn ich richtig erinnere mich, dieser Ort sollte man in Ruhe sein, richtig? Bei irgendwelchen Gründen, sieht es aus, als ob das Debris wurde weggelegt, während wir den Brat kämpften. Dann können wir nach dem Subway kommen. Du hast wirklich nicht gelernt, deine Lehre. Schau dir das. Ist das nicht ein bisschen zu verabschiedet? Wenn das wirklich ist, dann bist du der Glück auf dem Planeten. Also, du denkst, dass das auch ein Trapp ist? Aber wenn du denkst, etwas, was obviously ein Trapp ist, könnte nicht ein Trapp, richtig? Juste was passiert in deinem Gehirn? Wenn du sagst, dass es besser nicht zu gehen, dann werden wir es nicht tun. Aber... Es ist nicht so, dass ich dich nicht zu tun. Es gibt kein Platz mehr zu gehen, auf jeden Fall. Ich sage dir, dass es sich vorbereitet, wenn es ein Trapp ist. ... 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